Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute mit dem wohl zweitberühmtesten Algorithmus für Graphen und zwar dem Bellman-Ford-Algorithmus. Der Bellman-Ford-Algorithmus tut im Endeffekt genau dasselbe wie der Dijkstra-Algorithmus, den wir uns die letzten zwei Videos angeguckt haben, aber er hat einen entscheidenden, also er funktioniert ein bisschen anders im Detail, aber er hat dasselbe Ziel. Und zwar findet er den kürzesten Weg für gewichtete Graphen. Aber er hat einen entscheidenden Unterschied zum Dijkstra-Algorithmus und zwar funktioniert der Bellman-Ford-Algorithmus auch mit negativen Kantengewichten. Und das, meine Damen und Herren, ist natürlich 1A-Spitze, denn wir brauchen das noch ganz, ganz dringend. Der Dijkstra hat nämlich die Einschränkung, alle Kantengewichte müssen größer oder gleich 0 sein. So, jetzt warum sollte man nicht einfach immer Bellman-Ford verwenden? Warum nimmt man überhaupt Dijkstra? Naja, ganz einfach, Bellman-Ford hat mehr Laufzeit. Er dauert einfach ein bisschen länger, weil, naja, der Dijkstra-Algorithmus ist schon ein ziemlich guter Algorithmus, sage ich jetzt mal, während Bellman-Ford braucht ein bisschen länger. Wie gesagt, Laufzeitanalyse, das ist nicht das für dieses Video, sondern das wollen wir in einem separaten Video machen für die beiden. Aber in diesem Video ist einfach mal nur gesagt, Bellman-Ford wird nicht immer verwendet, weil, wenn man nur positive Kantengewichte hat, also zum Beispiel Google Maps oder sowas, dann kann man auch tatsächlich sich die Laufzeit einsparen und das ist schon sinnvoll bei so einem Riesending. Schauen wir uns das Ganze allerdings mal kurz an. Ich habe hier mal das vereinfachte Haus des Nikolaus wiedergenommen. Also nicht alles ist so wie beim Haus des Nikolaus und die Kanten habe ich auch mal so gedreht, dass das einigermaßen passt. Das ist unser Graph und ja, im Endeffekt ist der Algorithmus jetzt folgendermaßen. Wir fangen an mit einer Initialisierung des Algorithmus, das heißt, wir setzen alle Kantengewichte erstmal auf unendlich, außer der Knoten, an dem wir anfangen, da setzen wir das Kanten oder die Distanz quasi auf 0 und wir sagen, es gibt keine Vorgänger für keinen der Knoten. Okay, sieht dann folgendermaßen aus. A hat natürlich Kosten 0 und alle anderen haben Kosten unendlich, weil wir noch nicht relaxiert haben. Und dann relaxieren wir das Ganze, allerdings jetzt nicht einfach greedy, so wie wir das bei Dijkstra gemacht haben, sondern wir machen das Ganze brute force sozusagen und zwar n-1 mal. n ist die Anzahl an Knoten, das heißt in unserem Fall hier 5 Knoten, das heißt, wir machen diese Sache, die jetzt kommt, 4 mal, weil n-1 mal. Und dann hat man tatsächlich, wenn es, wenn eine Bedingung erfüllt ist, zu der ich nachher komme, hat man hier das fertige Ergebnis. Das heißt, Dijkstra und Berman Ford liefern dasselbe Ergebnis nach diesen n-1 durchläufen. So, wir machen also folgendes und zwar fangen wir an und gehen durch alle Kanten durch. Das heißt, ihr seht, hier ist tatsächlich Knoten und Kanten sind sozusagen für die Laufzeit relevant, weil beides machen wir sozusagen, also wir machen das Ganze Anzahl an Knoten minus 1 mal und wir machen das Ganze dann auch noch mal Anzahl der Kanten. Das heißt, wir machen sozusagen n-1 mal gehen wir durch alle Kanten durch. Und ja, dass das teuer ist, dürfte fast schon klar sein. Okay, was machen wir denn jetzt mit jeder dieser Kanten n-1 mal? Naja, wir relaxieren. Das heißt, wenn die Distanz plus das Gewicht kleiner ist als die alte Distanz, dann sagen wir, aktualisiere das Ganze bitte. Und ja, dann updaten wir natürlich das Gewicht und den Vorgänger. Das heißt, das sieht dann folgendermaßen aus. Wir fangen einfach mal mit der ersten Kante an, die wir hier sehen. Da aktualisieren wir das Gewicht von links oben auf 2, weil 2 offensichtlich kleiner ist als unendlich. Dürfte klar sein, oder? Dann gehen wir hierher und aktualisieren rechts oben das Gewicht auf 7, weil 2 plus 5 ist offensichtlich kleiner als unendlich. Dann machen wir das Ganze natürlich noch weiter und gehen links runter. Welche Kanten, und das ist der tolle Vorteil hier, im Gegenteil zu Dijkstra, welche Kanten man hier nimmt, das ist eigentlich mehr oder weniger egal. Man muss nur dafür sorgen, dass man natürlich schon mal an dem Knoten war. Das heißt, man hat Zugriff auf diese Kante. Ich kann jetzt nicht anfangen und unten rechts hier anfangen zu sagen, hey, unendlich plus 3, ja, das ist unendlich plus 3. Also ist das größer als unendlich plus, oder einfach nur unendlich. Das ist Quatsch. Wir fangen natürlich bei den Knoten an, die dann auch schon einen Wert haben, der kleiner ist als unendlich. Ansonsten sind die ja gar nicht erreichbar. Also unendlich bedeutet im Endeffekt noch nicht erreichbar. Okay, wir updaten also links unten auf minus 2, denn 2 plus minus 4 ist minus 2. Und jetzt haben wir das erste Mal eine negative Kostenrechnung sozusagen, um auf den Knoten links unten zu kommen. Was genau bedeutet das denn jetzt eigentlich? Nun stellen wir uns das Ganze mal als Geschäftsprozess vor. Der Startknoten symbolisiert sozusagen die Gründung unseres Unternehmens und dann müssen wir was investieren, was uns 2.000 Euro kostet. Deswegen zwei Kosten. Und wenn wir das investiert haben, dann bekommen wir einfach 4.000 Euro wieder zurück. Und insgesamt haben wir dann natürlich 2.000 Euro bekommen. Das heißt, wir hatten 2.000 Euro oder minus 2.000 Euro Ausgaben insgesamt. Sprich, die Kosten, damit wir nach links unten kommen, waren minus 2. Okay, das ist also durchaus sinnvoll, auch mit negativen Gewichten rechnen zu können, wenn man das so einfach aufschreiben kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Das Ganze findet auch noch in der Praxis woanders statt. Im Networking, da habe ich das auch schon vorgestellt, gibt es auch den Bellman-Ford-Algorithmus. Der wird hier auch verwendet. Aber dazu bitte meine Networking-Playlist angucken. Da wird das dann ein bisschen mehr im Detail auch geklärt. Okay, als nächstes gehen wir hierher und aktualisieren das Gewicht rechts unten mit der Kante ganz unten. Und zwar minus 2, minus 2. Das ist natürlich minus 4. Dann aktualisieren wir den Startknoten nochmal, wobei 4 plus 4 wäre 8. Und 8 ist offensichtlich nicht kleiner als 0. Das heißt, wir aktualisieren den Startknoten nicht. Aber wir müssen natürlich trotzdem die Kante überprüfen, ob es da vielleicht Neuerungen gab. Dann nehmen wir uns noch diese Kante hier und wir sehen, ah, okay, hier wird was aktualisiert. Denn minus 4 plus 3 ist offensichtlich minus 1. Und minus 1 ist kleiner als plus 2. Das heißt, wir können jetzt schon diesen Knoten da links oben erreichen, ohne auch nur Kosten zu haben. Und zwar, indem wir einfach diesen Weg da gehen. Und jetzt hat vielleicht schon der ein oder andere Zuschauer aufmerksam hingeguckt und hat gemerkt, oh, das ist ein Zyklus mit negativen Kantengewichten. Und was das bedeutet, das werden wir gleich noch sehen. Zunächst machen wir aber noch den kompletten Gramm hier fertig und gehen die letzte Kante auch noch entlang. 4 plus 1 wäre 5. 5 ist offensichtlich größer als minus 4. Also aktualisieren wir das Kantengewicht unten rechts nicht für diese Kante rechts. So, und das war der erste Durchlauf. Das heißt, den haben wir jetzt fertig. Jetzt geht es an den zweiten Durchlauf. Wir müssen das Ganze viermal machen. Das heißt, ich mache das jetzt mal hier im Schnelldurchlauf für euch. Wir aktualisieren hier mehrere Gewichte. Und ja, das dauert halt seine Zeit. Aber im Endeffekt, was wir hier definitiv sehen können, ist, dass sich hier die Gewichte nochmal aktualisiert haben und wir hier definitiv jetzt negative Kosten haben auf mehreren Ebenen. Und hier kommt es natürlich stark auf die Reihenfolge an, in der wir aktualisieren. Das heißt, wir werden natürlich nicht immer aktuelle Gewichte haben. Denn zum Beispiel hier schon wieder minus 7 plus 3 ist zum Beispiel minus 4. Aber da wir den Knoten hier oben minus 1 noch nicht aktualisiert haben für diesen Knoten, naja, ist der natürlich noch nicht wirklich aktuell. Das heißt, wir müssen das Ganze natürlich nochmal machen. Und wir sagen hier wieder 4 plus 4, 0, ja gut, 0 ist kleiner und so weiter und so fort. Also wir gehen quasi die ganzen Knoten die ganze Zeit durch und aktualisieren. Also hier schreiben wir jetzt quasi minus 4 rüber, dann schreiben wir unten minus 8 rüber und dann schreiben wir rechts minus 10 sogar drüber. Und damit haben wir unsere dritte Runde fertig. Wir sehen aber, wir sind immer noch nicht durch, weil natürlich jetzt zum Beispiel minus 10 plus 3 ist schon wieder minus 7. Das heißt, wir haben da schon wieder was, was wir oben links aktualisieren müssen. Und das heißt, wir müssen hier schon wieder durchgehen. Und ja, dadurch haben wir natürlich immer Updates sozusagen, wobei natürlich nicht jede Kante zu einem Update führt. Aber wie gesagt, wir machen das Ganze jetzt 4 mal und das sieht dann so aus. So, und jetzt nach dem 4. Durchlauf, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn wir keine negativen Gewichte haben, oder also selbst wenn wir negative Gewichte haben, aber das Ergebnis ist jetzt final und korrekt. Das heißt, es ist auch absolut gleichbedeutend mit dem von Dijkstra, falls alle Kantengewichte positiv sind. Jetzt gibt es allerdings eine große, wichtige Ausnahme. und zwar negative Zyklen. Negative Zyklen führen dadurch, äh, darauf hinaus quasi, dass wir sozusagen nie fertig werden. Das haben wir hier auch gesehen. Wir haben hier minus 7, minus 4. Ja, da müssten wir hier minus 11 reinschreiben. Haben wir gemacht, ist okay. Jetzt haben wir hier minus 11, minus 2, was, ähm, minus 13 ist. Ups, ich glaube, ich habe mich da verrechnet. Und dann haben wir hier minus 12 oder minus 13, minus, äh, plus 3, was schon wieder eine andere Zahl hier oben ist. Also es geht quasi immer hin und her, weil wir durch diesen, also wenn wir es wieder auf das Geschäftsmodell zurückführen, weil wir durch diesen Zyklus hier permanent hier die Zahlen verkleinern. Das heißt, die Kosten werden immer kleiner und immer kleiner. Und dadurch versuche ich natürlich immer, das Gewicht abzudaten. Denn man möchte ja immer geringere Kosten haben. Was dann aber im Endeffekt passiert ist, diese drei Knoten hier, wenn wir es unendlich oft machen würden, also wenn wir diesen Pfad hier, diesen Dreieckspfad, unendlich oft machen, dann wandern diese drei Knoten hier auf Kantengewicht minus unendlich. Weil wir natürlich jedes Mal die Kantengewichte um 3 verringern. Also hier plus 3, minus 4, minus 2 macht im Endeffekt einen Schnitt von minus 3. Das heißt, wir verringern diese drei Kantengewichte jede Runde um minus 3 sozusagen. Und dadurch haben wir natürlich auch einfach irgendwann minus unendlich als Kantengewicht dastehen. Wenn hier allerdings minus unendlich steht, steht hier auch minus unendlich. Und dann steht hier oben auch minus unendlich. Dieses plus 4, plus 5, ganz ehrlich, das kann man weglassen. Das heißt, im Endeffekt ist dieser komplette Graph auf minus unendlich. Und damit habe ich nicht wirklich eine Aussage, welches der günstigste Pfad ist. Alle Pfade sind quasi unendlich günstig. Und damit kann ich hier kein sinnvolles Ergebnis berechnen. Das kann mir der Algorithmus allerdings ausgeben. Ich kann hier tatsächlich mir ausgeben lassen, dass dieser Graph hier nicht wirklich sinnvoll berechenbar ist. Und das ist das Tolle, was hier tatsächlich möglich ist, was aber andere Algorithmen, wie zum Beispiel eben Dijkstra, nicht können. Dijkstra hat noch nicht mal das richtige Ergebnis. Wie gesagt, Bermann-Fort kommt mit negativen Kantengewichten klar. Es gibt auch sinnvolle Lösungen, wenn jetzt zum Beispiel eins davon, also wenn jetzt nehmen wir mal hier an, hier steht minus 4 und hier steht plus 2. Dann haben wir hier in dem Zyklus einen Wert von minus 4 plus 2 plus 3, was insgesamt plus 1 macht. Das heißt, es ist günstiger, diesen Zyklus hier nicht entlang zu gehen, als ihn entlang zu gehen. Das heißt, das Ganze konvergiert auch. Das heißt, wir sind auch tatsächlich irgendwann am Ende. Wir haben irgendwann einen günstigsten Pfad, weil es wird ja immer um eins teurer, jedes Mal, wenn ich diesen Zyklus hier entlang gehe. Wenn ich allerdings einen komplett nicht wertvollen Zyklus sozusagen hier habe, also einen komplett negativen Zyklus, also wie in unserem Fall jetzt gerade minus 3 Kantengewicht fürs Entlanggehen dieser 3 Kanten, dann kann ich das natürlich unendlich oft machen. Und das ist genau der Punkt, wo dann kein Graph mehr irgendwie sinnvolle Ergebnisse produziert. Das heißt, der Bellman-Ford-Algorithmus funktioniert für negative Kantengewichte, aber es ist sozusagen unsinnig, negative Zyklen mit reinzurechnen, weil wir dann einfach minusunendlich für alle erreichbaren Knoten bekommen. Ja, und deswegen gibt es in Bellman-Ford noch eine Abbruchbedingung, die hier tatsächlich noch mit reingebracht wird. Und zwar, wir gehen jetzt ein letztes Mal alle Kanten durch. Das heißt, wir machen dasselbe, was wir hier oben gemacht haben, also diese Vorschleife, eins zu eins nochmal. Wir gehen also hier von der 0 auf diese minus 7 hier. Das heißt, wir rechnen 0 plus 2 ist kleiner als minus 7. Das heißt, hier aktualisiert sich nichts. Okay, sehr gut. Wir gehen von minus 3 auf diese 0 hier oben. Minus 3 plus 4 ist 1. Das heißt, hier aktualisiert sich auch nichts. Wunderbar. Und dann gehen wir hier von diesen minus 7 auf diese minus 11. Hier aktualisiert sich auch nichts. Allerdings haben wir dann das Problem, wir gehen von minus 11. So jetzt, Entschuldigung, ich habe hier irgendwie einen Zahlendreher drin gehabt. Wenn wir diese minus 11 hier verfolgen und dann aktualisieren auf minus 13 oder auch diese minus 13 verfolgen und hier oben auf diese minus 7 gehen, dann haben wir hier tatsächlich eine Zahl, die sich aktualisiert. Das heißt, wenn wir diese Kante minus 13 plus 3 verfolgen, sind wir hier bei minus 10. Und damit aktualisiert sich dieser Knoten. Sprich, man muss hier eigentlich das Gewicht nochmal aktualisieren und dadurch erkennt der Bellman-Ford-Algorithmus, er ist noch nicht konvergiert. Was er aber eigentlich nach n minus 1 malen sein sollte, er sollte eigentlich konvergiert sein. Aber dadurch, dass sich auch nur ein einziger Wert hier ändert, ist dieser Algorithmus noch nicht fertig und deswegen weiß er, es gibt einen negativen Zyklus in diesem Graphen drin und zwar diesen hier. Und dadurch wird sich hier unendlich lange irgendwas aktualisieren und deswegen gibt der Algorithmus dann auch aus, es gibt einen negativen Zyklus sozusagen. Ich kann dieses Ergebnis nicht sinnvoll produzieren. Was man teilweise macht, ist dann wie gesagt einfach alles auf minus und endlich zu setzen, weil jeder Knoten quasi minus und endlich Kosten hat oder man beendet das ganze Programm und sagt, es gibt einen negativen Zyklus oder, oder, oder. Welche Abbruchbedingungen man hier nimmt, das ist, oder welchen Abbruch man hier wählt, das ist quasi jedem frei überlassen. Aber, ähm, man erkennt so tatsächlich, dass es einen negativen Zyklus gibt und man kein sinnvolles Ergebnis haben kann. Wenn allerdings hier sich kein Wert mehr aktualisiert, das war das, was ich gerade vorhin gesagt habe, dann hat man hier keinen negativen Zyklus, sprich das Ergebnis ist trotzdem funktional und damit auch gleichbedeutend mit dem von Dijkstra, falls alle Kantengewichte größer oder gleich 0 sind oder aber trotzdem richtig, falls die Kantengewichte, ähm, oder falls es eben Zyklen gibt, aber die alle größer 0 oder größer gleich 0 Gewicht haben. Ja, und damit ist Bellman Ford, ähm, hier komplett und auch tatsächlich richtig. Ähm, den Beweis will ich hier auch nicht durchführen, das ist ein anderes Thema. Allerdings, ja, das war's von meiner Seite zu Bellman Ford. Ich glaube, das fasst das Ganze so einigermaßen zusammen, so wie man das braucht. Wie gesagt, das Wichtige ist, wir finden hier einen kürzesten Pfad und wir wissen sogar, wie viel er dann am Ende kostet. Wir wissen, worüber man geht, aber wir finden sogar negative Zyklen, falls sie existieren und falls sie nicht existieren, können wir trotzdem mit negativen Kantengewichten. Also quasi alles, was man braucht in einem Algorithmus, nur halt ein bisschen teurer als Dijkstra von der Laufzeit her. Genau, und das ist es eigentlich auch. Nächstes Mal wollen wir das ganze Ding in Python programmieren. Ist eigentlich jetzt nicht unbedingt schwierig, das Ganze, weil wir vor allem schon den Pseudocode hier auf der Seite haben und der sich, ähm, nun ja, sagen wir mal, so liest die Python-Code, okay. Aber wir probieren es trotzdem und haben da, glaube ich, ein bisschen Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.